Fasten, das große Thema. Was steckt dahinter? Ist Fasten jetzt gesund oder ungesund? Es gibt ja zum Glück mittlerweile sehr viele Studien drüber und hauptsächlich wurde untersucht, dass Heilfasten. Was ist Heilfasten? Das ist ein Fasten zwischen 5 und 14 Tagen, in dem man entweder sehr wenig zu sich nimmt an Kalorien oder auch mal gar nichts. Meistens sind es so eine Art Buchinger Fasten oder andere Heilfasten-Methoden, wo man leichte Suppen oder Brühen zu sich nimmt. Also ganz wenig Kalorien, die so ein bisschen Mineralien auch noch haben. Es gibt ja auch Smoothiefasten und so, aber dieses Heilfasten wurde sehr, sehr gut untersucht. Also es ist so zwischen 5 und 14 Tagen, wo man sehr, sehr wenig isst, meistens deutlich unter 500 Kilokalorien. Dann spricht man von Fasten. Was passiert denn da? Also was sehr gut untersucht worden ist in diversen Studien ist, Rheuma wird sehr, sehr viel besser. Also Leute, die chronische Schmerzen haben, das wird super viel besser. Ich hatte auch einige Kommentare unter Videos gelesen, wo Leute geschrieben haben, dass wenn sie regelmäßig mal im Jahr fasten, einmal, zweimal, dass sie Wochen und Monate nach dem Fasten keine Schmerzen mehr haben. Das ist sehr, sehr gut. Bluthochdruck, das kann ich auch selber bestätigen, geht immer runter, normalisiert sich. Der Verdauungstrakt kommt zur Ruhe, der Körper kann sich reparieren, die Gefäße können sich mal wieder so ein bisschen entweder weiten oder verengen, je nachdem, was halt gemacht werden muss. Der Körper geht in die Reparaturphase und Bluthochdruck wird deutlich besser. Auch Diabetes wird besser. Die Blutzuckerwerte gehen runter, der Körper kann wieder regulieren und dadurch ist es auch für Diabetiker sehr, sehr gut, mal heil zu fassen. Natürlich, sobald man krank ist, bitte immer mit dem Arzt abklären. Dann gibt es noch das metabolische Syndrom. Das ist dann eine Kombination aus Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck. Da habe ich auch jemanden in der Familie, der daran erkrankt ist, der dann aber nicht selber was da unternommen hat, sondern nur Medikamente genommen hat. Da kann man mit Fasten oder generell mit Gewichtsreduktion sehr, sehr viel machen. Das ist dann Typ 2 Diabetes, was man sehr gut wieder selber in den Griff kriegen kann, wenn man es nicht schon zu lange hat. Dann gibt es noch neue Studien über neurologische Erkrankungen, dass Multiple Sklerose besser wird durch das Fasten und auch Demenz. Komisch, aber wahr. Also Demenz kann dann besser werden. Diese Studien sind aber noch relativ neu und nicht so weit gefasst. Müssen wir mal die nächsten Jahre abwarten, was sich da ergibt. Aber Fasten ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wie können jetzt Einsteiger mit dem Fasten beginnen? Also man kann bis zu fünf Tage Fasten alleine zu Hause, wenn man keine großen Vorerkrankungen hat und keine Medikamente gibt. Ansonsten immer natürlich mit dem Arzt abklären oder in eine Fastenklinik gehen. Da sind dann Ärzte, die euch betreuen können. Aber bis zu fünf Tagen kann man alleine guten Gewissens machen, wenn man gesund ist. Und dann gibt es noch so etwas, das nennt sich Intervallfasten oder Intermittieren des Fasten. Was ist das genau? Man lässt da entweder das Frühstück weg oder das Abendessen. Und so hat man eine längere Pause für die Verdauung, damit der Körper sich wieder selber regulieren kann. Es geht eigentlich darum, dass man nicht die ganze Zeit isst. Beispiel, man hört abends um 20 Uhr auf zu essen und fängt erst am nächsten Tag an wieder so um 12 oder um 2 Uhr nachmittags was zu essen. Dann hat man eine sehr, sehr lange Fastenpause. Fast besser wäre es noch abends nichts zu essen, aber das wird den meisten Leuten relativ schwierig fallen, weil man natürlich oft dann mit der Familie abends zusammensetzt. Also mir fällt das auch schwer. Ich mache dann meistens auch morgens eher die Pause. Was mache ich jetzt genau? Ich faste auch mal regelmäßig. Bin ein großer Fan auch vom Intervallfasten, wie ich schon eben gesagt hatte. Ich lasse dann gerne mal das Frühstück weg. Abendessen fällt mir auch schwer. Und meine Challenge ist es dann manchmal dann wirklich so, wie weit kann ich es dann ziehen? Das Gute ist bei sowas ist auch, dass man sehr, sehr viel trinkt. Ich trinke dann sehr, sehr viel Wasser, gutes basisches Wasser und auch Tees, Kräutertees. Und so trinke ich dann auch mehr als an normalen Tagen und kann dann mehr trinken. Habe dann oft auch noch einen klareren Kopf, kann mich besser konzentrieren. Und die Verdauung macht dann auch noch mal eine Pause. Das ist sehr, sehr geil. Was ich auch mal probiert habe, was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man zweimal die Woche mal 24 Stunden nichts isst. Ja, das kriegt man relativ gut hin. Sagen wir mal ein Beispiel. Man macht das Sonntagabends, hört man auf um 18 Uhr was zu essen und isst erst wieder am Montagabend um 18 Uhr was. Dann hätte man 24 Stunden Pause. Macht das Ganze vielleicht nochmal von Donnerstagabend bis zum Freitagabend um 18 Uhr. Und so hat man zweimal die Woche eine 24-stündige Pause. Das ist auch sehr, sehr gut für die Gewichtsreduzierung oder die Regulation und generell, um gesünder zu werden. Der beste Tipp ist aber beim Fasten immer nur dann zu essen, wenn man Hunger hat. Und man verwechselt oft Durst mit Hunger. Geht mir auch oft so, ich bin längere Zeit unterwegs oder habe lange gearbeitet, habe vielleicht vergessen, was zu trinken und dann kriege ich Hunger. Aber meistens ist das nur Durst. Also immer genug trinken auch, dann kriegt man nicht ständig Hunger und das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Wie macht ihr das mit dem Fasten? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal für weitere Videos, Glöckchen aktivieren für Livestreams und bis bald.